Oh mein Gott, er trinkt jeden Ball. Jetzt heule ich gleich hier gerade schon wegen diesem Spiel. Was ist das? So lächerlich. Schaut's euch an, Alter. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist auch irgendwas kaputt gegangen, Alter. Jetzt sind Tasten kaputt gegangen. Zwei auf einmal. Scheiße. Hey! Hey! Ich lasse die durch! Nein. Was macht denn der, Alter? Der angolanische Verband hat bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für Angola zu spielen. Afrika Cup wäre krass Erfahrung. Ach, Afrika Cup wäre unglaublich, Bruder. Ich habe Angebot von angolanischen Verbanden bekommen, ob ich für Angola spielen möchte. Und? Ich bin froh, dass ich es mache. Cool. Bisschen arg. Bisschen für den Afrika Cup qualifizieren. Also, ich sage mal Deutschland und Portugal ist ein bisschen schwerer. Hey! Bisschen. 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 Mach nicht Angola, da kann man dich nicht mehr linken. Oh Mann! Ja. Ja, okay, das ist so ein kranker Ass... Ja, hat er irgendwie... Bisschen. Bisschen. Ey, Raph. Rot. Habe ich gerade geträumt oder ist das wirklich passiert? Was habe ich da gerade auf meinem Bildschirm gesehen? Was? Was? Ey, das ist so ein Geschwätz. Das ist so ein Geschwätz. Hä, der war doch drinnen. Ja, der war auch. Was? Was? Ich habe schon wieder Ronaldo. Was? Was? Oh mein Gott. Und rums und bums. So verdient, Digga. So verdient. Schön, dass wir darüber geredet haben. Danke für die nächste Idee. Schuss-Statistik. 13 zu 10. Erwartete Tore war um vier... Ah, okay. Und war der denn mal vor meinem Tor, ihr Bastarde? Boah, jetzt fick ich hier irgendwas. Ups, Alter. Meine Maus ist kaputt. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Das ist so glücklich mein Dingens. Das ist jetzt übrigens meine Maus. Oh, Edel, ne? Was soll ich erzählen? Ich kann jetzt nichts mehr machen. Also kann ich das ziemlich mehr wenden. Oh, Mann. Oh-oh. Oh-oh-oh-oh, oh-oh. Nein. Besser.. Alter. Auf Werner. Auf Werner. Habt ihr's gesehen? Oh nein. Oh nein. Hä? Starke Parade. Walkoutline, komm her. Christian Ronaldo will... Ja! 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 Drittes Fieber-Tor oder viertes, ne? Drittes oder viertes, Chat? Hol mir jetzt CR7. Oh maaaannn. Wobei, ich sage ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Krish und CR7, ich würde Mbappé holen. Immer. Ja. FIFA würde ich mich immer für Mbappé entscheiden. Hä? Was? Hä? Hä? Hä, ja ok, ist ein Bug. Dem passiert gar nichts mehr. Ich hab keine Worte mehr. Ich hab keine Worte mehr, wie dieses Spiel programmiert ist von den Schüssen. Ich hab keine Worte mehr machen! Ist wirklich krank. Wirklich krank, Alter. Was hier passiert, Alter? Komm schon, bitte, bitte, bitte. Neymar, 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 Neymar! Let's go! Oh mein Gott! Let's go! Wo steht Neuer schon wieder? Alter, was ist denn bei Neuer los? Was? Wie leidere Typen. Saschan! Ist okay. Kannst du nichts spielen? Akzeptière. Jetzt ab. 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 Wer war grün? Ich bin der Green Master, wer ist er? Ich bin der Green Master! Wollshit, warte. Ich bin der Verteidigungsmeister, warte. Ich zeig's dir. Guck. BAM, JUMBE! Green Master, was ist los? Green Master! Ja, das ist ja schon. Nein, das ist langweilig. Nein, 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 Green Master, JUMBE! Ich liebe dich! Manetiker! Fuck me! Aufwertig geht, das ist so bodenlustig, das ist so schön, fucking Manetiker. Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Was? Okay, also die Animation habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen in Food. Hallo Herr Schild bricht da, Digga! Das werde ich mir merken. Ah, Iron Man. Hä? Sonst was geht, Güle? Wer, wer, wer bist du? NOOOOO! Woo! I feel you god! Auf doch, Lewa, du Nutten! Oh mein Gott, Digga! Ist der Beste! Robert Lewandowski! Hallo von der Outer Side, I must have called a thousand times to tell you, I'm sorry, I'm even living like that, and I'm we like heaven, we're not even like that. Outer Side, I must have called a thousand times. Sorry, wait. Oh, that's already much too late.